Ach so, ja. Kann man auch ein Fahrzeug-Reset machen, falls man gar nicht mehr wegkommt? Was, das gibt's? Weiß ich nicht, gibt's das? Hm, ich glaube in GTA 2? Noch bei No Resites gerade? Jaja, warte. Wie gesagt, du musst die IP noch eingeben, ja. Ist Server wieder da, oder? Ne, ne, im Moment noch. Ne, Auto-Reset gibt's gar nicht, wie's so aussieht. Was ist denn jetzt hier los, Mann? Ja, warte. Ich mach mal Neustart von dem Qualifying. Oh, Mann, ey. So. Neu gestartet. Fünf Minuten Qualifying, zehn Minuten Rennen. Ne, fünf Runden Rennen. Äh, wie man weiss, warum eigentlich hier nicht die virtuellen Spiele funktionieren? Wieso es keinen gibt? Keine Ahnung. Du hast selber auch keinen, oder? Nö. Ähm. Das ist halt blöd. Muss man vielleicht einschalten, oder so. Habe ich. Ist ja aufschaltungsmäßig eingeschaltet. Vielleicht kann man sie irgendwo einschalten. Ach so, hm. Ich hab das halt selbst im Rearview-Mirror da, also dass man ja selber das Auto irgendwie noch sieht. Was keinen Sinn macht, weil du es gar nichts mehr siehst, wenn du hier zurück guckst. Ist der vielleicht bei der, bei einer anderen Kamera da? Vielleicht, ja. Das kann sein. Äh, hast du hier, äh, manuelle Schaltung geforst? Nee, hab ich nicht. Weil hier, ich hab hier Autoshift-Mode, äh, ist off und das kann ich auch nicht ändern. Was hast du, was kannst du, was steht da? Electronic Aids hab ich hier, Autoshift-Mode, da kann ich, äh, das kann ich nicht anmachen. Traktionskontrolle und ABS, äh, ist auch off, off geforst. Du, du meinst jetzt im Fahrzeug-Setup, oder meinst du, mein, mein Stellungsspiel? Ja. Ja. Du fährst schon den Boxer, oder? Äh, ich denke mal, ich, äh, so viel war nicht zur Auswahl. Ah, ne, Moment, ich hab was anderes, ja. Okay. Das kann ich wahrscheinlich nicht mehr ändern, außer dass ich... Nee. Nee, Fahrzeug, nee. Jetzt muss ich doch auch raus. Ja. Ja, Colifang ist, Colifang ist eigentlich egal, deswegen. Passt ja. Oh, Mane. Wo kann ich denn überhaupt das Auto auswählen, oder so? Gar nicht, du kannst nur die Lackierung, äh, du musst halt gucken, ähm, den Oberpunkt halt, Boxer einfach, und dann da eine Lackierung, einfach draufklicken, eine Lackierung auswählen, oder ein Team halt, und dann... Ja, aber ich hab hier überall die Chevy irgendwie... Nee, nicht Chevy. Oder was? Kann ich nur Team auswählen, da ist so eine Chevy. Nee, nee, du musst schon nach Boxer gucken. Aber bei Team, oder? Nein. Ja, irgendwo muss ja Box einfach stehen. Wo du dann draufklicken kannst, und da öffnet sich dann... öffnet sich da... also, dann werden halt Teams dann angezeigt. Ich mag's auch nicht so ganz, wie das hier... gehandelt ist, hier mit den Autos und so. Weil irgendwie, soweit ich dem Server beitrete, da steht ja Joint Server, und dann kann ich hier zwei Team auswählen, aber Auto auswählen ist, äh, irgendwie... Ja, was heißt Team auswählen, also... steht da jetzt nix mit Boxer, oder was? Nee. Ja, eigentlich muss ja ganz oben dann irgendwas stehen hier mit Boxer, dann... das ist ja dann... Ich weiß ja nicht, wie es bei Demon O's da mit dem Beitreten... Ich hatte direkt schon einen Box da ausgewählt gehabt, das war schon voreingestellt. Also bei mir geht das... ganz easy. Ja, dann fährt dir das Auto. Okay. Wenn da nix mit Boxer ist... Ich denk mal nicht, dass ich den... Ah, okay, Boxerclub, okay. Boxerclub? Zumindest kann ich da einen Porsche Boxster fahren. Ja, genau, ja. Einen Porsche Boxster, ja. Um den geht's. Nee, das Ding ist, ich hab nämlich... äh... Boxster ist schon klar, hab ich verstanden, hast du auch gesagt, aber... Da steht halt Boxerclub. Also ohne T. Jaja, Boxerclub... Ja, das ist das Cup-Auto, ein Cup-Auto, ja. Wahrscheinlich... Das war nämlich das Komische. Wahrscheinlich hat er keinen... Und das ist auch noch versteckt irgendwie, weil ich dachte, die... äh... Ja, ich mag's auch nicht, wie das... ja... Es sah aus, als wäre der Schieber ganz oben war er, aber nicht. Au. Ich weiß gar nicht, warum du da irgendwie irgendwas ändern musstest. Ja, also standardmäßig war... Der war bei mir schon automatisch ausgel... So, Garage... Aber mir ist schon... Direkt so... Direkt so... Direkt so eingestellt, wie der Server es wollte. Wobei Autosystem-Mode halt immer noch, äh... Auf-off-off ist. Warte mal... Automatisch schalten hab ich definitiv... Ja... Oh Gott, ich... Muss mir... Ne Todeszone bei Gelegenheit mal einstellen... Oh... Ich bin... Man kann losfahren, okay... Lol... Man kann ja wirklich losfahren... Ja, und wann geht's los? Safety Car? Was ist Sache hier? Nö, nö, gibt's... Achso, Safety Car, ja... Ja, ich hab Track Default eingestellt, also so wie es in echt irgendwie ist... Wie man hier startet... Wann geht das los? Heißt das jetzt irgendwie eine ganze Runde erst mal drehen, oder was? Ah! Ja, ja, Skip Formation Lab... Man kann die sogar skippen, die Formation Lab... Aber... Aber eigentlich muss ich vor dir bleiben... Achso, ja, stimmt, ja... Ich lass dich mal... Wieso? Ja, Tomete, es ist nur nicht das Rennen, hallo, was machst du denn? Ja, Tomete, ey, was machst du denn? Ja, wir müssen... Ich glaub, Tomete hat einen Schaden, wir müssen neu starten... Achso... Ich will jetzt nicht... Ich will jetzt nicht das... Oh... Laps... Ach nee... Ich hätte das Rennen neu starten müssen, einfach nur, was mach ich dann... Ja, sorry... Äh... Äh... Der Langstab geht gar nicht mehr... Naja, dann ist egal... Ja... Ich nehme einfach die Todeszone von DX Tweak, also... Ja, hätte ich auch machen können, aber... Ist mir jetzt zu hektisch... Verpasse ich womöglich den Start... Ja, ob man das jetzt braucht hier aber ne... Ja... Formation Lab... So... Drei... Zwei... Eins... Ja, Tomete, einfach jetzt halt hinter Demon fahren halt, na... Oder wer ist jetzt zuerst schon Demon, oder? Ja... Ja... Ja, Tomete, ein bisschen mehr Stoff hier, du musst schon mit Demon mithalten... Nein, was ist denn... Was... Ja, egal... Hä? Was... Was war jetzt los? Hä? Na, ich hatte ein Freeze... Ja, das hab ich gemerkt... Ja, so hieß das alles, versaut hier... Das ist immer nochmal Neustart... Das Safety Car hat geleckt und ich hab einen Unfall... Ähm... Ja... Ich glaub... Dadurch hat das... Das ist Scheiße gewesen... Dadurch hat nämlich das Safety Car geleckt und ich hatte einen Unfall... Hm... Es ist aber auch eine Scheiße mit deinem Aufnehmen da... Hm... Ich hab jetzt eigentlich 130 GB oder so... Auf meiner Hauptfestplatte, auf meiner SSD drauf... Ein bisschen mehr Puffer... Ja, anscheinend reicht's immer noch nicht aus... Ja, das... Schon komisch, dass es so viel irgendwie ruckelt... Ja, ich glaub, du brauchst über 200 frei... Bei dem anderen hat's ja auch bei 100 nicht geklappt... Bei 200 ging's dann... Bei 200 ging's dann... Das ist halt halt wie 200... Hm... Schwierig... Oder echt mal die Festplatte versuchen... Ja, das hab ich versucht... Aber das war ungünstig... Da hat meine Festplatte irgendwie hier... Da hat wie ein Video irgendwas gemacht... Und dann... Hab ich das eine Spieler mit dem einen gespielt... Und... Hallo... Losfahren bitte... Ja... Was... In Left Line steht hier... Okay... Ahja... Tomete ist hier ja immer noch der Gelbe... So, ich muss einmal vor Tomete wieder... Jaja... So... So... Dann soll... Ja, ich hatte... Aber es kann auch mein Internet gewesen sein... Der... Der... Das Safety Car war auf einmal weg... Leck... Und ja... Ich muss ja leider mit dem Handy jetzt... Weil mein Internet ist ja mal wieder kaputt... Ist ja... Nix Neues bei Lautstärke ändern hier... Das... Geht gar nicht... Hä, was? Achso... Ich muss demnächst mal die Lautstärke ändern... Das geht gar nicht... Naja... Ich hab's auf 10... Auf 10%... Das funktioniert eigentlich so ganz gut... Das ist verdammt laut hier... Also ich kann mich grad so noch verstehen... Hm... Na... Ja... Tomete ein bisschen schneller... Dann war ich nicht wie du uns verstehst... Wenn du nachher den Motor aufdrehst... Oh nein... Wo ist das Safety Car... Hey... Du bist verschwunden gerade... Wo ist das... Oh oh... Oh oh... Oh oh... Demon glitscht... Ja... Jetzt fährt er in Tomete... Ja... Demon du fährst jetzt... Also das ist auf jeden Fall nicht... Okay... Ich seh euch wieder... Ich seh euch wieder... Er funktioniert anscheinend nicht so gut... Ja... Mit deinem Internet... Also es liegt jetzt... Ich hatte jetzt gerade auch keinen Freeze oder so... Also es war jetzt wirklich... Irgendwie bei dir da... Ne ne... Ne ne... Ich hatte eben 3000er Ping gehabt... Ja... Mein Internet ist scheiße... Was soll ich machen... Wenn wo davon so scheiße ist... Tomete kommen ein bisschen aufschließen... Hier zu Demon... Sonst haben wir halt einen Nachteil... Wenn das Rennen startet... Jetzt ist Demon wieder weg... Jetzt ist es wieder da... Ja... Das ist natürlich... Nein... Es hat's gefreased... Es hat's gefreased... Es hat's gefreased... Gut... Ja... Was ist jetzt... Ich glaube Rennen hat gestartet... Ja... Auf geht's... Ja... Geht ganz normal los jetzt... Ja... Das ist schon beeindruckend mit dem Pace Car... Das hat... Sonst keine Simulation glaube ich... Ja... Formel 1 hat das... Ja... Okay... Formel 1... Aber sonst... Ja... 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 Aber ich meine die anderen Simulationen hier... Okay... Demon weg... Ja... Tomete... Mann... Ja... Jetzt... Noch... Nein... Rückwärtsgang bitte... Ich bin eben... Durch die Aktion von Demon... Habe ich fast gedacht... Wir hätten keine Kollisionen... Das war das Problem... Mhmm... Kollision... Keine Kollision... Ja das... Simulationen... Na ja... Das gibt's glaube ich nicht... Ja... Gibt's... Ich weiß nicht ob Simulationen ohne Kollisionen gibt's... Nee... Oder ob es abstehen kann... Nee... Auf jeden Fall nicht... Nee... Das wusste ich... Nicht... Ich hab 100% Schaden... Glaub ich... Eingestellt... Also... Ich muss ja... Ich muss jetzt auch schon wieder gegenlenken... Wie im Project Cars... Wenn man da auch einmal crasht... So... Ey... Nochmal gefreezed... Alter... Was ist das denn? Ja... Das kann ich jetzt dadurch keinen abruhren... Hm... Das ist doch schon mal was für... Also... Das Fahrzeug hat ABS... Äh... Ich weiß nicht warum du jetzt da... He... Hat... Traktions-Controller zu Kallen... Aber... Er dachte ja Kollisiones aus... Ha... Ne... Er hat grad die eine Kurve gar nicht um ihn... ... genommen... Naja... Ich seh's auf der Map... Ach... Wenn... Wenn das... Jan Seifert gesehen hätte... Was ich gemacht habe... Du... Bremsen... Dann nochmal Gas geben... Dann wieder bremsen... Ja... Ja... Hm... Das kenn ich halt auch... Da hat Jan Seifert doch gesagt... Nein... Nein... Boah... Die fehlen der Trations-Controller... Scheiße... Momentan komm ich... Klar... Ich kann nicht mal wenden hier... Komm... Auto... Ich weiß nicht... Die Kurve ist zu langsam... Aber... Aber... Zumindest... Ich war hier... Grütze... Hallo... Meine Güte ey... Ich muss dagegen lenken... Und dann... Noch mehr Probleme hier ist... Um eine Kurve zu bekommen... Ah... Nein... Nein... Oh jeje... Das war knapp... Fast zu viel gewollt... Ja... Man braucht hier auf jeden Fall so ein Mod hier... Wo man auch so... So ein Radar hat... Wo man sieht... Ob Autos neben einem sind und wo genau... Aber es ist schön eine Steckenkarte gibt's... Ja... Au... Alter... Ja... Den... Den... Die Ansagen hast du... Ja ja... Spotter ist auch ganz nice... Ja Spotter... Ne Pfeile gibt's wohl nicht... Weiss ich es grad gar nicht genau... Ich glaub nicht... Aber auf jeden Fall... Aber den Spotter auf jeden Fall... Ja ja... Alter... Alter... Mein Auto ist ja völlig beschädigt... Wenn das hier wie Kacke rumfährt... Alter... Nein... Nicht drehen... Aha... Er hat gedreht... Ja ja... Traktionskontrolle fehlt... Ich hab... Okay... Ich hab... Hemmungen hier... Beim Schalten... Alter... Das hat ja gar keine Traktion mehr hier... Lol... Ist ja... Ist ja völlig am Arsch... Geh' dich doch mal du scheiß Ding... Alter... Naja... Auf der Stelle... Auf der Stelle sich weggebrät zu haben... Das war ja... Völlig fatal... Oh man... Ich hätte einen Bock so stopp machen... Ich hätte einen Bock so stopp machen... Das hat mir 30 Sekunden gekostet... Was mich hier... Was... Hier mit meinem Auto ist... Das kostet mich das ganze Rennen hier... Das kostet 2-3 Minuten... Ne... Alter... Ja... Wegen dem einen Crash da auch... Vielleicht solltest du den Schaden etwas viel länger einstellen... Ja... Du kannst den Schadenprozent hier auch einstellen... Hab ich gesehen... Aber hab ich jetzt auch vergessen... Für das Rennen hier... Mensch... Du bist wieder verbremst... Wieder verbremst... Scheiße... Was machst du denn jetzt... Auf einmal für ein Best... Wenn ich sch... Wenn ich... Wenn ich zu hart auf die Bremse gehe... Oder zu hart einlinke... Dann geht das Auto komplett... Komplett... Komplett quer... Oder wenn ich Vollgas gebe... Alter ey... Ho... So einen Stand habe ich noch nie erlebt... Ja, ich gehe leicht auf die Bremse... Ja, aber mir geht das ganz gut... Ja, weil mein Auto voll beschädigt ist... Sonst wird es ja auch noch gehen... Ja... Ja, Tomete wird auf jeden Fall 2er werden... Also ich... Echt... Echt... Ne, ich... Ach so, weil das ist kaputt... Ja, ich gehe doch in die Box... Weil... Die zwei Runden da... Dann ist ja kein Wunder... Ja... Alter... Alter... Das kann man es ja gar nicht geben... Das muss ja dann... Das muss ja dann schon... Echt enorm... Schaden genommen haben... Ja... Ja... Ich nehme immer mehr Schaden... Aber weil ich die ganze Zeit... In... Winterheim pfeffer... Hm... Diese eine Hane an die Kurve... Die ist echt scheiße... Ja... Boah... Ich kann echt nicht... Eine Kurve gescheit nehmen mehr... Oben... Ja, die vorm Ziel, ne... Die ist echt... Nee... Gar nicht vorm Ziel, meint er... Komisch... Irgendwie komme ich mit dem Spiel... Am besten klar... Das ist total komisch... Irgendwie komme ich... Bei dem Spiel... Mit der Physik echt... Am besten klar... Wie es aussieht... Die soll ja gar nicht so schlecht sein... Wenn ich da... Die Meinung... Ja... Nicht aufm Körper... Ich würde vermuten, dass die... Stop and go... Nee... Immer noch besser ist als die vom zweiten Teil... Oh... Ich mag die Kurve nicht... Ja... Hab ich auch gelesen... Die Madness Engine... Aber... Oder... Keine Ahnung... Jetzt will er... Ja... Jetzt wechselt er noch meine Reifen... Natürlich... Wollte ich gar nicht... 53 Sekunden Schaden... Das hätte man vermutlich umstellen müssen... Ja... Kann man noch... Aber... Über Tastatur ist ein bisschen blöd... Dann... Aha... Wieder verbremst sich voll... Honk... Komm... Gib... Ah... Scheiße... Mach doch mal den... Ersten rein... Meine Güte... Ich mach mein Auto auch kaputt... Wenn es so weiter geht... Hier... Wo sehe ich den Schaden überhaupt... Gibt's glaube ich keine Anzeige... Auch wieder in der Ecke gedreht... Oder war... Ja... Es gibt aber auch HUD-Mods... Jaja... Klar... So wie halt... Auch das mit dem Radar... Und alles so... Ja... Ich habe auch jemanden gesehen... Der hat auch da so... Die Anzeigen für die Reifen... Wie warm... Wie heiße sind... Und alles... Muss man sich alles holen... P3... Na, danke... Es gibt's doch nicht... Mein Gott... Lass mich... Nein... Doch... Einfach zu eng... Da kriegst du das Auto nicht gedreht... Naja... Er ist auch ein Stadtkurs... Das kann der richtige Rennstrecke... An der engsten Stelle... Dreh ich mich halt auch immer... Auf der gut breit ausgebauten Straße... Dreh ich mich nicht... Aber bei der engsten Stelle... Wo man das Auto kaum wenden kann... Da dreh ich mich weg... Und du hast dich teleportiert... Okay... Und du bist wieder weg... Funktioniert wirklich nicht gut... Mit dem Internet hier... Alter... Oh Mann... Du hast wahrscheinlich... Jetzt auch eine Datenrate... Für den Server eingestellt... Die das... Handy-Internet auch wahrscheinlich... Nicht handeln kann... Ja... Standard irgendwie da... Ja... 1MB glaube ich... Oder so... Hm... Oh... End beendet... Okay... Du hast mich ja einmal überrundet... Deswegen... Ja... Das ist bei den ganzen Unfällen... Meine Fretze... Ja... Ich bin aber in die Boxing... Voll über die Kurve... Du Scheiße... Ah... Tomate... Ja... Wir haben... Camaro SS... Ah... Da unten steht ja auch Data Rate... Jetzt ein Mbit... Ich glaube da stand vorher... 8 Mbit... Ja... 8 Mbit... Das kann der hier nicht... Ich glaube sogar 8... Ja... Das kann das Handy hier nicht... Ja... Dafür ist der Empfang hier nicht gut genug... So... Kann sein dass der Boxster... Statt Boxster... Oh Gott... Der rutscht aber... Ich hab halt... Äh... Niedrige Dings... Äh... Traktionen und ABS... Erlaubt... Ja... Ja... Bremsen... Ah... Jetzt... Ja... Als Safety Car... Ja... Mit... Äh... Der Leuchte oben drauf... Da... Naja... Okay... Ihr TIE-Attempts sind gut... Oh Gott... Ui... der untersteuert... Ist der mit dem Auto... Und Safety Car... Nein... Der ist sehr sehr scheiße... Oh... Der... Der quietscht ja... Alter... Das ist ja nicht... Das ist ja nicht zu fassen... Ja... Wow... Also wenn sich ein Auto scheiße fährt... Mh... Ja... Alter... Der untersteuert... Und dann wenn man zu hart... Äh... Einlenken... Und äh... Gas gibt gleichzeitig... Dann will er wegrutschen... Oder schnell übersteuern... Ja... Boah... Der ist ja... Der geht ja gar nicht... Der war... Der ist schrecklich... Das ist ein Kack-Auto... Ja... Der ist halt auch... Der ist halt schwer... Ja... Der ist halt richtig schwer... Ist wahrscheinlich auch ein Straßen-Auto... Denk ich mal... Ah... Es sieht sehr straßenmäßig aus zumindest... Ja... Ähm... Damit... Tomete auch Zeit hat hier zum Üben... Neustart... Für das Quali... Ja... Du kannst das... Alter... Der Todes-Scheiße... Alter... Was ist denn mit... Ne Kackhalle... Äh... Pizz-Limiter... Ah ja... Man muss ja eigentlich auch an der Ampel warten... Das ist ja auch neu... Also mir neu... Oh... Ja... Sonst wird glaube ich die Runden... Rundenzeit... Rundenzeit nicht gewertet... Wenn man die... Wenn man zu früh losfährt irgendwie... Was wird denn immer im Chat haben... Slash Ka... Ja... Man muss ja warten... Caution... Was Caution... Ja... Meter rollt mir in meine Front rein... Ja... Ich bin... Von der Bremse... Ja... Grün... Es ist kein Nice... Uiuiui... Uiuiui... Uiui... 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 Ja... Der hat ja noch nicht mal einen vernünftigen Heckflügel... Was erwartest du auch bei dem? Okay... Your brake temperature is spot on... Your tires are now at optimum temperature... Ja gut... Ich hab doch die Camaro mit Heckflügel gesehen... Sollten sie mal einbauen... Vielleicht fahren sie dann weniger scheiße... Ha ha ha... Und warum hört der sich so leise an... Als wäre es ein Elektroauto... Holst du Hintometer? Alter... Ja... Naja... Da muss er... Das Auto erstmal kennenlernen... Jetzt hat... Ja... Jetzt glaube ich... Ich hab vor schon wieder um die Kurve rumgekommen... Aber definitiv... Ne... Hier nicht... Ach... Das ist doch auch Formel 1 Strecke oder? Naja... Interlagos... Ja... Die kenne ich halt auch... Wie oft würde der Camaro überrundet werden von einem Formel 1 Wagen? Hahaha... Das kommt vor, wie viele Runden du fährst... Aber in dem... Ich glaube... Also... Also ich denke mal... Der wäre schon in Runde 2 überrundet... Das kann fast gehen... Ich glaube... Das wäre noch nicht mal übertrieben... Diese Aussage... Dass er in Runde 2 schon überrundet wäre... Der macht echt... Der macht echt... Der macht echt keine anständige Kurve hier... Das ist ja... Aber... Oh... Alter... Alter, alter, alter... Nein... Ja komm... Komm doch da rum, bitte... Sag mir mal... Du kannst ja vor jeder... Noch so kleinen Kurve... Eine Vollbremsung machen... Im Prinzip... Ja... Scheiße... Du kannst halt wirklich... Dabei ist das normalerweise eine schnelle Strecke... Aber mit dem Auto... Nee... Und der hört sich bei 180 an... Als wäre der... Als bei 20 km unterwegs... Mhm... Elektroauto... Bestimmt... Haha... Bin ich ja echt... Die erste Kurve... Die erste Kurve... Das ist so... Was die Need for Speed... Oder so... Die ersten E-Autos gibt's... Ja... Schön... Wie du zu dir... Das S&S gefahren bist... Das Auto... Schön... Hast du echt interessant gemacht... Kann man natürlich so mal versuchen... Bei der S&S darf man wohl auch nur mit 20 km fahren... Sonst schafft das Auto das nicht... Mhm... Alter... Vor allem dadurch, dass der Motor auch so extrem leise ist... Merke ich ja noch nicht mal, dass ich schnell bin... Mhm... Es ist halt echt so... Ich hab bei denen überhaupt kein Speed-Gefühl... Überhaupt nicht... Nein... Die Lautstärke ist echt Fan hier... Mit dem Auto... Ich hab überhaupt kein Speed-Gefühl mit dem... Das ist... Alter... Und dann noch... Flat... Screen... Und... Wie soll man denn hier ein Speed-Gefühl haben? Ich fahr 200... Und es fühlt sich an wie... 50... Gibt's ein VR-Mod? Wahrscheinlich... Jetzt nicht... Jetzt wo ich den Motor so leise gestellt habe... Haben wir das Auto... Hab ich nicht geguckt, ob es VR gibt... Das wär... Ein Träumchen... Aber ich bezweifle es leider... Aber cool wär das denn mit dem Spiel hier auf jeden Fall... Weil... Das würde mir helfen... Weil ich spüre die Geschwindigkeit mal gleich null bei dem Ding hier... Und der leise Motor hilft da jetzt auch nicht... Das fühlt sich an, als würde ich... Bei 600... Bei 200 kann man fühlen sich hier wie 50 an... Ich weiß auch nicht... Irgendwie ist das merkwürdig... Das ist bei jedem Rennspiel eigentlich so... Bei fast jedem... Ja, aber ich finde das bei diesem Rennen... Und diesem Auto Kombination... Das ist gerade echt besonders extrem... Also das ist ja... Also das ist so gar kein Geschwindigkeitsgefühl mit dem Ding hier... Also das ist ja insane... Was klappert da in meinem Auto so... Stell dir mal vor, mit dem fährst du in Monaco oder so... Mhm... Aber es hat auf... Irgendwas klackert da gerade in meinem Reifen... Alter, wird da sogar simuliert, dass mein... Dass ich Reifen... Äh... Dass ich Sand im Reif... Wahrscheinlich... Ja... Habe ich echt das... Habe ich echt das Gefühl gehabt... Als wenn er sogar simuliert hatte... Dass ich Sand im Radkasten habe... Ja... Weil da hat mich... Alter, das ist ja mal crazy gut sein... Ja, sowas fehlt halt in Pocher Cars... Wenn du da wirklich ins Kies fährst und so... Hörst halt gar nichts... Aber der Sound ist bei... Wie ist man aber... Wenn man ins Kies fährt... Ist man noch lange nicht so am Arsch wie bei... Äh... Wie heißt das hier? GTA... GTA 2... Bisher noch nicht... Das hat genug gehabt... Der Sound ist so jetzt... So die Stärke von... Automobilista... Da hat Project Cars... Nicht ganz so viel Wert drauf gelegt... Naa... Generell... Naa... Ist die Qualität nicht so gut... Und alles... Son Qualität... Aber ich glaube, bei Project Cars... Da wird es für meinen Rechner... Wirklich ein bisschen zu viel... Naja... Läuft ruckelfrei hier oder? Automobilista... Ja... Absolut super... Okay... Also 60 werden das sein. Alter, wie? Das muss doch reichen, die Abbremsung. Ich war da schon auf 50 kmh. Alter. So zwei Runden geschafft. Da bin ich ja mit dem Twingo schneller unterwegs in der Kurve. Eine 1,59 bin ich gefahren. Kann nicht sein, dass man hier die Kurve mit 20 fahren muss, damit der Wagen da rumkommt. Alter. Oh, abseits der Strecke. Jetzt brauche ich die Todeszone gar nicht. Der Drehbereich war falsch eingestellt in der Konfiguration. Also Lenkeinschlag war auf 240 gestellt. Vom Spiel selbst. Alter, diese Kurve kriegt das Ding auch nicht? Ja, die habe ich verursacht, die Yellow Flag. Ist ja da nichts mit Ping. Neben dem Safety Car ist auch eine Zahl. Achso, Safety Car. Ich sehe da nichts. Ja, 380, 360, 340 und so weiter sehe ich da die ganze Zeit. Okay. Nö. Ja, über dem Safety Car, das. Oder hast du Fahrernamen nicht an? Ich habe da gar nichts an, nö. Achso, hast du die Fahrernamen nicht an? Weil da siehst du den Ping anscheinend, wie es aussieht. Aber zumindest habe ich hier im Vergleich zu GTA 2 auf die Karte. Ja, ja, mit dem musste man da auch zu moden und bei dir ging es ja nicht. So, hinter mir bleiben. Ich bin Erster. Aha, wenn es losgeht, wird der Batman Ping besser. Das ist ja auch gut. Ja, mit dem Auto, ne. Da muss man hier echt mit... Das sollen 70 serviert mich verarschen? Das sind 70 kmh? Alter, das sieht doch nicht wie 70 aus. Das schaut nie aus wie 70, aber, ne. Ja, ich bin angeblich bei 96 hier. Das kommt mir vor wie 20. Ja, irgendwas stimmt doch hier mit der Speed-Skalierung. Alter, oder muss man das FOV mal ändern? Ja, FOV spielt ja auch eine große Rolle. Irgendwas stimmt hier noch nicht. Kann auch nicht sein, dass man 100 fährt und es fühlt sich an, als fahre ich hier mit 10. Das ist hier ganz extrem gerade. Also sowas ist ja unglaublich. Alter, das finde ich jetzt gerade massiv heftig. Aber guck mal, es zeigt 80 an und es fühlt sich echt an, als würde ich hier 8 fahren. Na, ich hab's auf default. Das ist doch merkwürdig. Mal gucken, wie es denn hoch ist. Hm, natürlich. Es laggt. Nicht wieder hier, äh... Es laggt? Naja, bei mir nix mehr. Ich bin hier fast wieder reingefahren eben. Weil du da kurz ausgeblendet warst. Ja, ja. Das laggt. Ich hab lag. Ich hab lag. Sein Internet, sein mobiles Internet macht da nicht so gut mit. Ne, bei so modernen Spielen kann man das wohl vergessen. Bei den alten ging's ja. Na gut, aber man muss auch dazu sagen, das mobile Internet ist heute auch langsam. Ich weiß auch nicht, was da los ist mit Vodafone. Alles kaputt hier. Ich weiß echt nicht, was die da momentan für Probleme haben. Es ist so nervig. Obwohl die Pingzeiten sind jetzt gut. Ich hab jetzt 57 Ping bei dir. Ja. Naja. Das schon. So. Aber jetzt wird dir wieder ausgeblendet, ja. Irgendwie. Äh, da. Ja, ist ein... Ah, ja. Ah, ist ein Pink Spikes hier. Ja, das ist ein Pink Spikes. Ja, dieses Auto, das ist... Ach, Mann. Was, die man's Auto? Dieses Auto? Was, dieses Auto, ja. So, er fährt. Ja, sorry. Nicht überholen. Hä? Nein. Hä? Äh, was ist denn jetzt los? Nicht überholen. Ja. Wo bist denn du jetzt? Ich bin hinter dir. Ach, soweit. Fahrgatt vorbei. Ja, ich muss hier eh 10 kmh fahren, weil sonst kriegt der Wagen die Kurve ja nicht. Ah, ja. Ja, jetzt ist das Rennen halt... Ja, jetzt können wir normal fahren halt, ja. Also bei dem Speed Feeding sind zwar angeblich 100 kmh, aber ich muss hier 10... Äh, ja. Es ist mir merkwürdig, irgendwas ist hier sehr komisch. Oh, hör auf zu lecken, du scheiße Internet, ey. Das ist ja grauenhaft. Ah, das Spiel kannst du mit dem Internet ja auch vergessen. Na, Tometer, 20 Sekunden hinten. Ja, ich bin wieder volle Strecke abgekommen mit dem Scheißding hier. Musst echt auf den Tache gucken, was man fährt, weil man sonst keine Geschwindigkeitsgefühl hat. Ja, wir denken, dass ich hier schon wieder mit 190 da in die Kurve da reinrasse. Ja, und fühlt sich an wie 19, ne? Ja, das ist doch nicht normal. Irgendwas stimmt hier doch echt gewaltig mit der Skalierung nicht oder was auch immer. Ja, Stuhlstange erscheint eigentlich immer... Ne, das ist alles, alles Standard hier. Okay. Ja, Stuhlstange ist generell ja irgendwie immer... wirkt immer schneller. Ja, aber das... Das ist echt, das ist irgendwie doof. Ja, also der Box, der ging wesentlich besser. Ja, man muss auch die schweren Autos fahren. Man muss alles nutzen, was das Spiel zu bieten hat. Ja klar, das wäre ja scheiße, wenn man immer das gleiche Auto fährt. Das Problem ist ja wahrscheinlich gar nicht so sehr das Auto, sondern mehr dieses fehlende Speedfeedback eben halt. Aber wenn ich bedenke, dass ich hier angeblich noch 70 drauf haben soll, dann frage ich mich, hä, ich fahre hier schon Schrittgeschwindigkeit eigentlich. Das ist... Irgendwie... Ja... Merkwürdig halt. Ja. Wenn man einmal auf der Strecke ist, also es ist nicht so extrem wie bei GTA 2, aber mit dem Auto ist es schon ganz schön nervig. Mit dem Porsche ging das auch noch. Hm. Nimm dir ein 100-Meter-Schild und bremst scharf ab. Dann kriegst du die Kurve. Also ich bin eben 200 gefahren und dachte, ich fahre 2, also... Dann wohl nicht, aber 20, ne? 2. Das ist halt echt. Alter, warum dreht der sich denn jetzt weg? Ja. Das kannst du mir doch nicht erzählen, du scheiß Ding. Ja, vorsichtig mit Gas und Bämse. Ich decke Ponto sonst auch mal Vollgas, das soll sich mal so anstellen, das scheiß Ding. Nein, nicht wieder bei der Kurve, Raus. Immer die. Ah, Mensch. Ich habe wieder ein paar Ameisen getötet. Ameisen? Ja. Kommt da Tomete hinter mir? Ich glaube schon, ne? Ich sollte mal Gas geben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nach dem, was ich da gemacht habe. Ich sehe da... Ganz langsam und gemütlich mal hier runter, dass ich keine Strafe kriege, so. Oh Gott, das ist ja anstrengend. Das ist der Vorteil bei VR, da hast du keine FOV-Einstellungsgeschichten und solche Probleme mit Speedfield nicht. Das ist ein riesen Vorteil, da hast du solche Probleme nicht. Da brauchst du dich auch gar nicht um FOV-Einstellungen kümmern oder so. Die greifen sowieso nicht. Das ist alles perfekt voreingestellt. Ja, also, ja, weil du eben halt diese 3D-Umgebung halt hast. Ich fahre da schon mit 20 oder so lange und der zieht sich ja trotzdem auf. Oh, ich habe überhaupt einen Tacho, das war bestimmt 150. Der Kurschenflag ist raus. Das muss die Tome-Tel gewinnen. Der ist gerade in der letzten Kurve. Ich habe schon gerade gesehen. Überrundung gleich. Als wenn Stevie nur D gefahren ist, weiß ich, warum er sich damals über das Spiel so aufgeregt hat. Nee, der ist Formel 1 gefahren. Ohne Fahrhilfe. Ja, Formel 1 hat ja auch keine Fahrhilfe, ne, macht ja auch Sinn. Ja, aber es war ein bisschen falsch, Stevie direkt in die Formel 1 zu schicken. Das hat der Typ, der ein bisschen dämlich gemacht, ja. Hat schon einen Grund, warum man in der Realität mit Cars anfängt und nicht mit Formel 1. Ja, naja. Macht schon Bock auf Formel. Mal gucken, wie sich Formelautos aber hier auch steuern lassen. Die fahren sich gut hier, glaube ich. Okay. Und ich glaube, die haben sogar ein Formel 1 Auto, das 400 fährt. Ja, gibt eine, gibt viel Auswahl da mit Formelautos. So historisch auch, habe ich gesehen, ja. Ja, alles mögliche, das ist ganz cool. Ist die Frage, was verstehst du unter historisch? Ja, so 60, 70er Jahre so. Oh, okay, das ist cool. So Lotus-Dinger, Lotus-Autos. Da oben steht der Abstand, ne, 1 Minute 36 habe ich Vorsprung zu Tomete. Ja, und du bist eine halbe Minute hinter mir. Ja, das waren die Abflüge ins Kis. Und Tomete habe ich halt jetzt überrundet, weil er in der ersten Kurve abgeflogen ist. Nicht früh genug gebremst. Das kann mir doch keiner sagen, dass ich jetzt noch 50 fahre. Das ist doch Schritttempo. Ja. Man fühlt sich wie so ein, als hätte macht man hier gerade ein Tool-Assisted-Speed-Run, so eine Slow-Motion-Einstellung. Ja, genau. Also, das ist schon echt absolut crazy off mit der Geschwindigkeit hier. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber... Macht ja gar keinen Sinn. Auch bei Flat nicht, sorry. Da fährt ein rotes Auto. Na, jetzt bin ich nicht. Ich habe ein schwarzes. Alter, ich habe die letzte Kurve mal bekommen. Alter. Ja, mittlerweile geht das alles. So, dann wollen wir mal in Schritttempo Tomete überholen. Das, das zwei... Kommt ja gar nicht. Kommt ja gar nicht. Ah, nein, nein. Das wird zu schnell sein. Uiuiui. 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 Ne, actually... Ich habe sie sogar perfekt gekriegt. Ich habe sie sogar perfekt gekriegt. Aber... Oh, jetzt. Das muss ja erstmal... Kann man sich da mal vorbeischieben? Kann man, ne? Vorbeischieben. Ja. Ging das alles gut, Tomete? Oder habe ich dich jetzt irgendwie... Abgedrängelt? Ne, das war kein Weber. Okay. Weil du warst mir dann doch entschieden zu langsam da rumgefahren. Naja. Auch in GTR 2 so. Fand ich mal schon ein bisschen langsamer wie er fährt, aber... Naja, tut sich nicht leicht. So, meine letzte Runde war das jetzt gleich. Aber mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Ja. Aber das ist natürlich echt eine Umstellung, weil man das Speedfeedback eben halt überhaupt nicht passt. Chuck a flag. Chuck a flag. So, seid ihr beide fertig? Okay. Ja. Current Sessions closed. No. Map wird bei mir geladen, gedacht. Ja, wir fahren auf Buenos Aires. Ne, Bueno, Aire. Keine Ahnung. Bist du geladen, oder? Ne, noch nicht. Oha. Das lässt sich ja Zeit bei dir. Ja. HDD halt auch. Ah, okay. Da haben wir die Ursache. Ja. Ist jetzt aber nicht zu lange, aus meiner Sicht. Gibt schlimmere Spiele. Current Session closed. Ist immer noch. Ja, er wird schon Bescheid sagen, denke ich mal. So. Hm. Ja. 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 Es ist schon mal Showtime. Good luck out there, mate. Three minutes remain. Rechts raus, okay. Dann nehmen sie natürlich, ist ja klar. Kamara und dann haben wir natürlich ein Straßenauto, oder was hat ein Straßenauto nicht. Und grüner. Oh ja, der Sound, Alter. Nicht so schnell. Der Sound ist natürlich... Ja, ja. Und natürlich hier der Grip, die Aero. Ja, das ist ja auch so. Oh Gott. Wann bin ich das letzte Mal Formel 1 gefahren? Oh, 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 oh. Wollen wir die Fahrzeuge ins Bett? Die sind immer noch unter der Temperatur. Okay, ja. Ja, Formel 1 war doch so. Ungünstig ist auch nicht die Strecke nicht auswendig kenne, weil ich da nicht mehr aktiv von 1 geguckt habe, wo die eingeführt wurde. Die sind immer noch echt neu. Ja, es gibt mehrere Layouts. Also jetzt habe ich irgendwie die eine genommen mit mehr Kurven. Keine Ahnung, ob es die richtige ist, halt die früher auch gefahren wurde. Wurde ja zuletzt 1999 gefahren, irgendwie. Hab ich gelesen. Ja, die wurde wieder eingeführt, die Strecke. Okay. Also zumindestens die... Gut, ich weiß jetzt nicht welche... Wird wahrscheinlich die Grand Prix Variante dann sein, die sie nehmen. Ja, der große Preis von Argentinien halt. Oh Gott. Und da stand halt eigentlich nur was von 1990, aber... Ui, okay. Es war zu hart auf dem Gas. Oh, oh, oh. Ich habe auch gerade zu viel Gas gegeben. Oh, die Reifen werden dreckig. Nice. War das für das Training jetzt? Das ist Qualifying. Es gibt kein Training. Es gibt kein Training. Gott, werdet sauber reifen. Die Reifen werden dreckig gemacht. Ah, ich habe sie wieder dreckig gemacht, weil ich gerutscht bin. Okay, ich bin disqualifiziert, auch wenn ich eigentlich... Für was? Keine Ahnung, ich konnte mich gar nicht mehr kontrollieren. Denn ich habe den Speed Limiter ausgemacht und schon... Äh... Ja, aber in der Boxen gab es noch, oder? Ne, ne, ich war schon draußen. Ja, dann für irgendwas anderes, dass du das qualifizierst. Das ist erst hinter dem weißen Streich. Aber eigentlich wird man einen Qualifying ja gar nicht irgendwie bestarft dafür, oder? Ja, dann nochmal ein neues Qualifying für Tomete, oder? Ja, ich bin mir von mir aus... Mir ist das egal. Ja. Restart Event. Ja, das qualifiziert sie hier. Oh, das... Nee. Ich glaube, bei dem mache ich mal Traktion hoch. Alter, ich bin viel zu schlecht mit dem Ding. Oh, ich mache auf, ich lasse auf auf. Op, op, huiuiui, du bist ja mutig. Oh, wir müssen wieder schön warten. Oh, da kommt ein schönes, weißes Auto an. Ich habe ein grünes. Ja, dann bist... Ach nee, das bist du, glaube ich. Ja, du hast... Dann... Dann... Front... Ne... Doch. Front Wing hier. Hinter dir steht Tomete. Racer Engineering. Hinter... Ich bin hier ganz vorne. Hinter dir steht Tomete. Ach so. Ja, und Tomete steht hinter dir. Ach so. Ich stehe hinter Tomete. Okay. Ich habe ein grün-blaues... Ich habe ein grün-blaues Auto. Ach so. Oh, und auf geht's. Ich brauche nicht zu viel Gas geben. Hm. Wo steht... Wo steht die Reifentemperatur überhaupt? Gibt's keine, das ist ja das. Das gibt's keine. Fehlt alles leider. Ach, das muss es geben. Da muss ich nochmal... Oh, Tomete hat sich jetzt schon weggedreht. Ja, sobald ich den Speed Limiter wegmache, da... Ja, du darfst ja nicht ganz komplett aufs Gas... Wenn du nicht... Wenn du noch niedrigen Geschwindigkeiten bist. Du musst schon erst so... Du musst langsam aufs Gas gehen... Und dann wirklich so... Ein Gefühl dafür haben... Wann darf ich 100% halt geben. Ja... Aber es macht halt richtig Bock halt, das ist ja das. Ja, die haben... Die haben... 800, ja... 817 steht da hier. Ich glaube, das ist ja auch Formel 1. Ich glaube, die moderne Formel 1 hat sogar 900 PS schon. Ja... Oh Gott, also hier werde ich nix Gutes fahren, glaube ich. Weil ich die Strecke auch nicht kenne und das ist bei Formel 1 tödlich. Hmhmhmhm. Ich habe noch kein Gefühl dafür, wie hart ich die Reifen durchdrücken kann... Ohne dass die mir quietschen. Ach, ach, ach... Und ich will immer rechts abbiegen. Weil hier keine Curves sind, an der Stelle. Oh, scheiße. Yellow Flag. Yellow Flag. Wenn die Reifen dreckig sind, dann darfst du noch weniger Gas geben. Ja, ja. Macht Sinn. Bis wir das sauber sind. Bereiten Temperaturen und Abgenutztheitsanzeige muss es geben. Dann kann man das halt bestimmt irgendwie umstellen. Ich habe da nix gesehen. Oh ne? Ja. 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 ja für den einstellungsmöglichkeiten übertrifft es auf jeden fall gtr dann mit dem hat mod also noch mal zig mehr möglichkeiten kannst du sogar skripte schreiben und custom kram da einfügen und so also richtig heftig so was brauche ich nicht aber nur ein radar halt das ist immer ganz gut und natürlich temperaturen vom motor und von den reifen fertig ist so wie im project cars das reicht mir da eigentlich auch was da alles angezeigt wird wir kannst halt die ganzen anzeigen alles kustomisieren das ist richtig heftig eigentlich wie mod freundlich das spiel ist oh gott ich fahr viel zu konservativ mit dem auto ja die tourmeter noch mehr also ich habe ja wahrscheinlich gerade two meter überholter es macht schon bock vor mir im autos mal immer bock auf dem project cars mein problem ist halt echt dass ich die strecke nicht kenne deswegen bin ich gar auch gar nicht also ich könnte auch völlig blind rein weil ich die auch nicht noch nie davor gefahren bin ich will immer da rechts rein ich kann halt die britischen strecken natürlich hier und ein paar andere interlagos und adelaide und das war es dann schon das ist halt dass ich weil die strecke mehrere layouts dann will ich mich immer verfahren ja habe ich gesehen so drei vier stück in mir noch für trucks auch noch dann bin ich schon wieder gerückt und drehe ich noch mal angervoll aufs gas und mache 180er und jetzt kann ich wieder richtig fahren genau perfekt der gewollte dreher damit ich wieder richtig rumpeln ich soll die bremsen betätigen sagt er die sind nämlich am abkühlen ja bremsen kann auch zu heiß bewerten ja ja zu heiß zu kalt muss alles die perfekte temperatur haben und mir hat wahrscheinlich alles katastrophe achten sekunden hinter meiner 18 sekunden hinter meiner zeit soll ich das soll man auch erwarten mal zu gehen ja und hey tomato was man muss hier richtig aufpassen wenn man aus dem speedometer raus geht es ist ja ohne darf sie nicht fahren das ist sinnlos er mit 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 ein bisschen gebremst jetzt sind sie wieder in der richtigen temperatur so ich glaube letzte runde war das jetzt hier für mich auch scheiße ja Ja. Oh, Formelauto. Uiuiui, der Ding ist aber auch ganz so schnell. Oh, noch mal eine bessere Zeit geschafft, wo ich abgekommen bin von der Strecke. Oh, ich meine noch zugucken. Aber hier scheint das Geschwindigkeitsverhältnis wieder zu stürmen. Ja, beim Formelauto. Replay. Hä? Das ist ja wirklich das Replay, okay. Ja. Wie kann ich dir dann aber live zugucken? Geht das? Das geht doch immer irgendwie, oder nicht? Stimmt, geht das irgendwie, aber... Ich habe hier immer nur das mit dem Fullscreen-Monitor, und dann kann ich hier das irgendwie vorspulen und alles. Aber wie das jetzt alles nochmal geht, hier... I don't know. Ah, hier, oder? Das war echt zu lange her, wo ich... Ja, ich habe auch, glaube ich, jetzt auf eins gedrückt, jetzt kann ich nicht mehr irgendwie vorspulen oder so, ja. Und Tormete fährt halt mit 70 kmh irgendwie um die Kurve, und jetzt noch 100 kmh und alles. Ich glaube, das ist jetzt wirklich live. Ja. So, dann kann ich Exit-Monitor machen, ne? Ja, und Tormete fährt ja gerade noch anscheinend. Ja, das mache ich hier, die sind nur noch zwei Hinsen, oder? First Gear. Das ist jetzt die Wiederholung noch. Ja, du kannst halt, wenn du mir jemanden zuguckst, hier ganz rechts dann das Symbol und dann... bist du irgendwie live dabei. Oh, okay. Tomato... ...abgekommen von der Strecke. Und es glitscht mal. Ah, na ja. Hast du recht. Ja, dann ist es wirklich halt live. Ja, gut, aber hier ist die Kamera... Ja, Kamera, glaube ich, kann man gar nicht wechseln. Ja, fühle ich mich auch. Frag ich mich auch. Wär schön. Gibt halt keinen Knopf für. Soll ich die Kamera wechselt, hast du, aber... Die kenne ich jetzt gerade nicht. Nee, ich auch nicht. Warte ich jetzt noch, oder? Nee, wir sind schon fertig. Ja, dann gucken dir zu, was du jetzt machst. Also mit R kann ich irgendwie... Perspektiven wechseln, zwei, zwischen zwei, aber das sind halt beides, ja, TV-Kameras, so irgendwie. Mit R halt. Und sonst, ne. Und dafür der Tormete ins Ziel. Jo. Okay. Next Session. Oh, mach. Ja, doch, der ist nicht alles recht. Stopp, nix. Hey, ich habe auch zweifachen Verbrauch eingestellt, wahrscheinlich deswegen. Ja, das, ja. Zweimal, ja, zweifachen Benzin- und Reifenverschluss. Ja, ich Countdown, danke schön. Oh, oh, oh. Geht schon los hier. Ah, und es gibt stehenden Starts. Interessant. Sehr gut. Oh. Ah, weil es bei Formel 1 so üblich ist. Oh, scheiße. Mach das jetzt selber, wenn es jetzt fliegende oder stehende Start ist. Man kann es selber einstellen, ja, aber. Kannst du einstellen, aber standardmäßig wird da wahrscheinlich nachher ein Serial gehen. Ist auch ganz nett. Echt? Also mir fehlt einmal ein Rückspiegel, dann halt Radar und so, Rückspiegel, wieso geht der nicht? Das ist schon immer so. Wahrscheinlich nur bei der Außenkamera, könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Aber keine Ahnung. Naja. Oder man muss den erst aktivieren. Habe ich ja, ist ja auf on. Ich meine, ich hätte den auch aktiviert. Ja, das standardmäßig ist aktiviert. Oh, scheiße, nicht abkommen, nicht abkommen. Ich habe mal ein bisschen Rasen auf die Strecke gelegt. Also wenn Tumete dann wegrutscht, wissen wir woran es lag. Eigentlich dürfen die Reifen nicht blockieren. Ich weiß nicht, wie das bei dem Spiel umgesetzt ist, aber bei Formel 1, wenn die Dinger blockieren, dann haben die schon viel Verschleiß drin. Was ja auch realistisch ist, weil die Dinger darfst halt wirklich nicht... Einmal einen riesenheftigen Verbremser drin, das kannst die Reifen schon fast wegschmeißen. Aber ich weiß nicht, wie es hier gemacht ist, aber bei Formel 1 ist es halt so. Ja, wahrscheinlich nicht so hart. Ich glaube, bei der AMS, da kann ich den Lenker in Schlaf, den kann ich da doch etwas niedriger machen, als ich da habe. Was hast du denn? Äh, ich habe jetzt standardmäßig hier 135 oder 140 sowas. Hä, das war sehr niedrig. Ich glaube, bei dem Spiel würde sogar 90 reichen. Äh, maximal niedrig, keine Ahnung, ja. Ich würde mir niemals einen Allengrad anschaffen, was unter 1080 hat, aber... Ja, das hat das T-150, das würde ich mir ja dann irgendwie holen, sofern ich eins hole. Also 180 Denkeinstach... äh, 1080 Denkeinstach hat das aber schon... Ja, aber für Simulationen brauchst du eigentlich schon viel. Ja, aber nicht gleich so viel, hä. Ja. Aber die fahren in echt auch nicht mit so viel, also die Formel 1 hat, glaube ich, 360 oder so. Kannst halt dann schön übergreifen, dann bei 1080. Bei Straßenautos macht es eigentlich Sinn. Bei Renautos, ja. Ja, ich trau mich hier nie. Nein! Er war ein Auto nicht. Die Günde vergessen durch uns drei schon gigantisch. Hm. Ah! Alle sind irgendwo und irgendwo. Ja. Das war Tomete. Ja. Ja, ich bin von der Strecke abkommen eben. Nein! Rausgedreht. Böse, böse, böse. Böse. Nein, 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 nein. Du bleibst hier Auto. Ich habe nicht gesagt, dass du dich abhauen sollst. Reifen dreckig. Ja, ja. Damit kann ich aufdrehen. Boah, ich habe zu schlankst die Sachen, Vollgas zu fahren. Nein. Ach, komm. Komm schon, was ist denn das jetzt? Ey, diese Kurve will ich doch nicht schneiden, aber ich kenne die Stärkeit. Oh Gott ey. Ich musste besser. Ich musste mehr fahren. Das Spiel scheint tatsächlich etwas, etwas mehr zu vergeben, was die Reifen betrifft. Ja, wobei die ja auf zweifach... Achso, du meinst mit dem Remsen und so, als Formel 1 oder so. Ja, ja, man kann die mit den Reifen Dinge machen, da hättest du sie bei Formel 1 schon wegschmeissen können. Ja, aber jetzt hat es eben auch diese... Ja. Bei Bremsen nehmen die ja auch Schaden, wenn die dann eben halt blockieren. Gerade wenn du diese Hypersoft Reifen lassst von den 2018er Autos und dann eine Qualifikationsrunde... Damit schaffst du vielleicht ein, zwei schnelle Runden, dann sind die hinüber, dann machen die keine gute Zeit mehr. Weil die so weich da einfach sind, ne? Ja. Die schaffen dann wirklich nur eine Qualifikationsrunde und dann werden die Zeiten schon schlechter. Na, ich habe hier es auf Soft gelassen. Na gut, das sind sowieso jetzt härtere Reifen, weil das sind auch die alten Profilreifen, die benutzen sie ja nicht mehr heutzutage. Die Profilreifen halten ja sowieso länger durch. Okay. Ja, die sind viel, viel härtere Mischungen. Ja, aber wie gesagt, ich sehe auf zweifacher Verbrauch. Ja. Man kann es halt aber nicht sehen, was sie für ein Verschleiß haben. Ja. Aber es gibt auch die Formel 1 2018er. Ja, ja, 2018er, ja. Und die haben dann tatsächlich auch diese ganzen Reifentypen dann. Hm. Ja. Nur heißen die dann nicht Pirellis, sondern irgendwie Reizer oder wie die Firma. Hm. Aber anhand der Farben sieht man ja schon, welcher das entsprechen soll. Fakt ist gerade los. Und die Flatshaufen, die flöchendere Freiwillige, die haben wir ja schon einfach geschaffen. Aber es gibt auch noch ein paar Kostens пример. Aber es gibt auch noch ein paar Kostens. Ja, ich habe da raus. Ich habe da raus, dass es fast runter ist. Open, das rauskostens. Die Luftverschleißen sind direkt reint. Viel zu vorsichtig aber Lieber komm ich Heil durchs Ziel NEIN 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 Ach gut, aber das gib ich doch gar nicht, mensch die blöden Drehstinger Ich bin stehen geblieben um dich zu gefährden Ich wär fast reingefahren Oh, jetzt beginnen wir noch mal die Überrundung, die zweite Ist ja wie mit Stevie hier Ich überhole dich und mach einen Fehler Achso Naja, wie neben dem Stevie hier Ja Ja, aber dass denn hier besser fährst du jetzt nicht das Feuer von vorn rein, klar ist Oh nein Das ging fast schief Aber ich brauche, finde ich jetzt nicht, dass man das Spiel so schnell aufgeben muss wie Stevie Also Ja, man muss auch nicht, ja Sich hinter Muslimulationen mögen, das ist natürlich auch noch ein Spaß Ja, bei ihm war es nicht, dass Mögen das Problem war, er kam halt überhaupt nicht zurecht Ja, so richtig zu Recht komme ich hier auch, dachte ich aber Ja, aber er kam halt teilweise gar nicht vom Fleck, weil er es einfach nicht checkt, dass er kein Vollgas geben kann Dann hat er seine dreckigen Reifen gehabt und hat sich dann immer im Gras gedreht Weil er hat sich dann immer weiter angesammelt, dass er eben weniger Gas geben muss Und er haut immer ins Gas rein, ne Und dann dreht er natürlich immer weiter weg Und die Reifen werden immer dreckiger und immer kaputter und ja Ja, aber ich merke selber, also Wenn man es irgendwann mal kapiert hat, kommt man ja schon so ein bisschen ungeworfen, also Ich finde es mir immer noch schwer, aber ich merke schon, es ist nicht unmöglich, das zu lernen Ja, und es ist halt auch machbar mit Controller Ja, ist auch machbar Ich finde es auch schon echt gut spielen mit Controller, muss ich sagen Ja gut, vorbei, das ist ja hier längst doch nicht so extrem wie bei GTA 2, wie gesagt Ach komm, jetzt dreh ich mich ja nur noch weg, was ist denn das Alter, gerade Also manchmal fahr ich hier echt richtig scheiße Ich hab mich jetzt schon richtig lang nicht mehr gedreht und alles Also ich fahr zwar immer noch vorsichtig, aber Ja, zu vorsichtig eigentlich, also ja, aber Irgendwann muss da schon eigentlich schneller werden Das konntest halt nicht Nicht mithalten Ach, Mensch ey Ja gut, mithalten kann ich in manchen Zimulats, äh, in manchen Arcade-Spielen auch nicht So muss es ja nicht Was ist denn bloß gerade los, also ich fahr gerade richtig der letzte Dreck Pass auf, ich komm Wer ist das? Demon ist das Stimmt, das Auto kommt Ah, ne, Schaden ist aus, ne? Ne, auf 25% Achso, na gut Dann sollte es nicht ganz so schlimm gewesen sein Ah, ich fahr ja gerade einen Dreck zusammen Ne, 50% eben war schon, äh, heftig, also aus meiner Sicht Aber Wie es bei 100% aussieht, oje Also das Schlimmste hat man bei dieser Formel-1-Geschichte wirklich hinten sich, wenn man kapiert hat Dass man da nicht Vollgas geben darf Ja, nur bei hohen Geschwindigkeiten, wie gesagt Ja, wenn du halt sowieso schon so ein bisschen durchgedrückt hattest Ja, und nicht halt in den Kurven auch, ja Ja, in den Kurven gebe ich sowieso nie Vollgas, bei keinem Spiel, als ich mit Lenkrad spiele Achso, bei Arcade auch nicht Ja gut, weil Nice jetzt halt schon Spiel, aber Nein, Fassel Ja, jetzt freest es halt noch mehr, Mann, was ist das denn? So extrem, glaubst Wird das mit deinem Rechner so Probleme haben? Ich geh's recht nicht Ja, dann muss der Speicherplatz ja auch reichen, ich meine Wenn der voll wäre, ja klar, wenn er irgendwie Die letzten Bytes oder Bits und so Zusammenschaufeln muss, aber Wieso wird der so viel Puffer verbraucht? Das ist Das hilft halt schon echt Ja, das bei SSD halt so Ja und bei dem HDD bei der Testaufnahme da war es sowieso fail Aber eigentlich muss die SSD noch 6 Meter megabyte schaffen, das heißt auch gar nicht Ich hoffe, ja gut, jetzt wäre es egal, aber Durch den ich mir den Durchvorgang eben bin ich abgekommen von der Strecke Oh, naja ich bin nicht so gut im Überholen, weil ich eigentlich nie selber überrunde, also ich werde eigentlich immer überrundet Wem wirst du überrundet? Ja wenn ich da halt Online-Rennen mache, in Portugas 2 zum Beispiel Ich bin auch oft genug langsam Achso, du warst in den Communities, da sind die dann alle noch viel besser als du Jaja, auf jeden Fall, klar die fahren ja auch alle mit Denkrad und Auf jeden Fall Ja gut, aber dafür muss man sich wahrscheinlich, um wirklich so gut zu sein, auch sehr stark auf Simulationen fixieren Ja gut, ich möchte den jetzt auch nicht Ich finde die ja schon echt Hammer und so, aber ich möchte jetzt nicht hier irgendwie nonstop so was spielen Ja, ist wahrscheinlich das, was die hauptsächlich spielen, vielleicht sogar nur Ja, ja Warum drehst du dich da an der Stelle, ich verstehe es nicht Ja, weil du zu schnell, weil du Gas gibst Kann nicht nur das sein Gibt es zu viel Gas trotzdem, auch wenn es vielleicht nicht zu viel erscheint, aber Das Auto ist doch kaputt, die Reifen wahrscheinlich, die habe ich zu sehr abgenutzt bestimmt Und Oh, sag jetzt nicht, ich habe zu wenig Spitt dabei, glaube ich Ja, das ist noch keine Sache, das war bei GTA 2 besser, dass man da wirklich Richtig sieht, was hat wieviel Schaden und so Und ich bin hier einfach zu blöd, das zu finden Ja, man muss das Auto irgendwie umstellen, aber ich weiß die Taste nicht und klar Ja, ich könnte eigentlich gucken, wenn ich durch bin Du bist in der letzten, oder? Ich bin in der letzten gerade Ja, und die man habe ich einmal überrundet und die habe ich dreimal überrundet Und wenn man dann bedenkt, dass es dann doch Leute gibt, die dich so überrunden Ja, hier auf jeden Fall auch, in Automobilista wäre es auch der Fall Ja, aber gut, auf einer Seite ich spiele das halt gerade zum ersten Mal, also Ja, ich habe ein paar Mal reingeschaut, komplett neu ist es nicht, aber Aber so eine Ahnung, wie zickig hier sich so ein Formel 1 Auto fährt natürlich Ja doch, um die Kurve bin ich jetzt eben viel schneller als sonst gefahren, also So Mhm Man kann schon, wenn man sich das traut Ja Ja Echt Ja, wenn man für Teufel spricht, scheiße Jo, ich bin durch Jetzt bin ich wieder gekommen, scheiße Achte Runde für Demon Noch mal Nein, noch Alter, warum? Ich bin die doch ganz normal gefahren Ah, jetzt Ja Ich bin die doch ganz normal gefahren, die Kurve, was soll denn das? Wo? Wo? Oh, ja Ah, Mann, ja das war zu schnell jetzt Aber ich kenne die Strecke halt auch immer noch nicht auswendig, das ist halt auch kacke Wie du die Wie du die Wie du die Sachen wegholst da Ja Ich bin auch komplett blind gefahren, aber Aber du gewöhnst dich Achso, ist vorbei Oh, ja Oh, ja Oh, um Gottes Willen Oh, um Gottes Willen Ja, Tomete fährt noch Oh, du kannst dich viel schneller und unbekannte Sachen anpassen, ey, ich brauch da viel länger für Super Genau, die letzte Kurve Du bist durch, Tomete, oder? Ja, sieht so aus